So, da sind wir auch direkt wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich zerstöre Gebäude über einen Datenempfänger und hol dir dann seine Daten. Wir gucken mal gerade, wie das Ganze dann funktioniert. Wie gesagt, ich weiß selber nichts. Ich bin gerade erst hier gelandet, habe die Aufgabe bekommen. Jetzt hoffe ich nur, dass jeder, weil ich habe einen Gegner gehört. Ich hoffe, er ist schon wieder durchgezogen. Natürlich, jetzt bin ich direkt eine Sniper, weißt du, wenn ich keine brauche. Ein Schleifengänger hat den Empfänger zugewandt. Signalstörung von der Karte. Ah, wir müssen wahrscheinlich einfach nur das Dach kaputt machen. So. Ah, easy. Also, einfach das Dach kaputt machen, dann die Daten aktivieren und schon hat man die Aufgabe auch geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Gern ein Like da lassen, gern ein Abo da lassen. Ich gucke jetzt, was wir als nächstes machen müssen und in dem Sinne, haut rein.